Das ist schon eh frisch. Du musst dir das einfach kurz angucken. Jawoll! Alter! Geil! Geil, geil, geil! Boah, hier ist eine B-Bühne. Mit einer Papp nassgeborende Dom in der Kälte Haben wir uns gefroren, wir gehen unseren Weg Alles, was wir kriegen können, nehmen wir auch mit Weilet jeden Augenblick nur einmal Also die Frage zu beantworten, was mir das Stadion oder der Auftritt da bedeutet, ist natürlich für mich sehr schwer. Ich muss das ganz cheesy sagen, weil das natürlich so ein bisschen wäre, als müsste ich zusammenfassen, was mir die letzten 14 Jahre bedeuten. Weil ich sagen würde, das ist der größte Punkt unserer und auch meiner persönlichen Karriere. Naja, aber irgendwie voll früh eingefallen. Dann habe ich um 12 oder halb eins nochmal aufgewacht. Dann war ich wach. Aber ich konnte noch mal ein bisschen viel später. Aber ich war dann wach und war direkt so... Okay. Okay. Today is the day. Das Stadion, danach kommt nicht mehr so viel. Dass wir den Schritt jetzt gehen können und das schon seit einem halben Jahr oder so über einem halben Jahr ausverkauft ist, das ist schon ziemlich crazy. Das ist eh krass aufgeregt. Also so richtig, dass ich nachts aufwache oder wach bin und so denke, ach, das wird mir einfach krass. Das, was für den ersten FC Köln der Gewinn an der Meisterschaft der ersten Fußball-Bundesliga wäre, das ist für uns als Band in diesem Stadion spielen zu können. Und das ist unser Wohnzimmer. Guten Abend. Wir sind da in Maikanteleit. Das ist Sophie Chassé. Und das ist unser Wohnzimmer. Lass es raus. Lass es kreisen. 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 Nach so vielen Monaten alleine musst du mir erstmal beweisen, dass du es noch kannst. Tanz. Lass es dichرجert bist fürcycl naturally. Lass es mich. Lass es ihn. Toll mère in diesem Episode. Lass es den UK rein. Dass es die Naturvel ourfusserei hat undBundaschernos ges vibrate. 兒. Lass es dich買ier, wir müssen die Erinnerung investieren. K confidence bei uns bzw. Man kann nur die Ruhrie. Lyck habe dich, was erkennbar werden%. Es gibt einen Toast auf das Stadion, auf euch! Jack, sind wir los? Ja! Da sind wir dabei, da ist prima, Viva Clonia, wir leben hier. Ich glaub nicht an den lieben Gott, aber ich habe Lust. Ich muss mal gucken, die gute Seite ist eigentlich drauf, ich muss mal gucken. Domi. Ich glaub, ich hab Heimweh, ich will mal wieder am Rhein stehen, einfach hineinsehen. Zu gut, zu gut, viel zu gut. Ey, großartig. Wir sind da, sie malen irgendwann wieder hin, damit die Kinder, die man alle in Köln geboren sind. Gebore sind. Gebore sind. Gebore sind. Ich weiß genau, was ich brauche, ne Pause. Drei Tage mehr. Und ich weiß wieder wer ich bin. Drei Tage mehr. 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 Das Olympiastadion ist nichts Größeres, nur weil da mehr Leute reinpassen. Sondern das Körner Stadion hat halt eine persönliche Bedeutung, die nicht zu vergleichen ist. Und dann denke ich, dass wir alle drei da die ganze Saison dran gedacht haben. Wir wissen ja schon sehr lange, dass wir das spielen wollen und dass das ausverkauft ist. Und dass sich jedes Konzert auch ein kleines bisschen eigentlich um dieses Konzert dreht. Ich kann da viele Sätze zu finden, was mir das bedeutet. Aber das so befriedigend zusammenfassen kann ich auf keinen Fall. Wir leben noch und auch und denken, dass das mal ein guter Mann bestätigt. Und so war die Lüge geboren, schon in der ersten Nacht. Nur nicht aus Liebe weinen. Es gibt auf Erden nicht nur den Reinen. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe alles, was mir gefällt. Ich liebe alles, was mir gefällt. Ich liebe alles. Ich liebe alles, was mir gefällt. Ich liebe alles, was mir gefällt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017